BLARG Gaggo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda, die wir nicht kennen. Ah, ich will die... ich will diese Fackel da. Oh ne, warum brauchst du mir nicht die Fackel? Ich will die Fackel, die ist... episch. Und die wird mir helfen. Ich brauch sogar die Fackel. Das ist die nächste Waffe. Neul, ich hab gespoilert, dass ich bin böse. Ich weiß. Aber so bin ich normal. Ich werde euch alle töten. Ihr schläft in eurem Platz. Äh, schlafen? Yay. Wer... alles über was? Das ist bestimmt von Völkermeister. Ja. Jaunz! Oh. Gelächter, du komisch. Heuin. Guckst du's, Let it turn! Ich habe nicht verlesen, was er gesagt hat, ich lese ihn nochmal. Ich lebe hier eben von meinen Masken. Werde von ihnen beobachtet. Warum fragst du dich? Warum fragst du mich die Masken? Okay. Ah. Genau in die Mitte, das beide runterfallen. Ja. Lala 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 lala. Lala lala. Hallo. Der Bürgermeister ging neulich mit einem Buch unter dem Arm zum Haus am See. Der Weg zum Haus am See ist jetzt wegen des Erdbebens versperrt. Als er zurückkam, hatte er das Buch nicht mehr dabei. Wahrscheinlich hat er es im Haus am See liegen lassen. Der Bürgermeister ist aufgewachsen. Willst du zum Haus am See gehen? Ich zeichne es für dich auf die Lendenantik. Ähm, hier ist es bitteschön. Oh, da unten. Okay, ich weiß ja wie ich hier hinkomm. Ja, Leute, dann würd ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Und zwar beim Haus am See ist heil. Ja, endlich. Ja, so, ähm, erst mal. WUSCH! Ja. Ähm... Was mir jetzt aber erstmal... ... wille? Und... ... da ich jetzt schon wieder rausgefunden... ... raushelf... ... rausgefunden habe, wie man... ... ähm... ... an das Dings da kommt. Ihr wisst schon, was ich meine. Das Haus am See. Nein, da... Ja. Nein. Ähm... Ja. Ja. Ich bin super Speedlink. Yay. Speedlink. Ähm... Ja, ich hab einen Speedlink. Nein, hab ich nicht. Ich hab eine Logitech. Lalalalalala. Lalalalalala. Irgendein Baum hier war doch auch noch... ... Verwandlungsdings da. Der sah so... ... anders aus. Die Musik ist cool. Als hätte ich dich nicht erkannt. Was? Wie kannst du das blocken? So, ähm... Hier haben wir einen neuen Gegner. Ja. Nochmal dieses Teil. Aber... Es lutscht einfach nur dein Schwert... ... äh, dein Schild weg. Wenn du es angewinkt hast. Was? Ähm... Ja. Ah. Oh! Wenn du... Wasch, 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 Was Lalalalalalalalalala Lalalalalala 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 Das erfährt man normalerweise im Haus, dass man das nicht mal Aber mir ist es jetzt gerade mal so spontan wieder eingefallen Flush 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 Fl Laug. Niaunt. Ah, flieg! Ah, libennend meine ich. Ich lege schon mal die Orkaina wieder an. Nein, dann können wir endlich in die Bücherei und somit den dritten Tempel anfangen. Beziehungsweise den vierten. Kann im Haus nicht benutzt werden. Ich weiß. Aber jetzt. I rule! I believe I can fly. Wohaha. La-la-la-la-la-la-la. Hier hast du das letzte Buch. Da-da-da-da. Ähm. 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 Wow. Super-Ofi. Tosh. Tosh. Niaunt. Niaunt. Au. Zwur-de-du-de, do-de, do-de, dus! Niaun. 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 Halt! Hochglätt an! Faster! Ja, da rechts hätte mir einer nur was gesagt. So wie man sieht... Da steht nur ein Minish. Und hier geht's in dein Buch rein! Ja, ich hab noch nicht mal mit ihm geredet. Und schon hab ich Fragmente vereint. Ja, hier... Goldene Octorok. Äh, Octorok. Ohohoho, eine sehr seltene Ehre. Ähm, das Studio soll dann mal weg. Oh, ein Samoyer. Was für dich zu mir? Oh, ne Tempel des Tropfens! Du willst also noch nicht hingehen. Gut, ein seltenmutiger Blatt. Stell dich zum Kleeblatt. Du hast hier... Immer mit der Ruhe stell dich erst mal dahin. Ohohoho. Hoffentlich... Äh, öffne dich, Wunderklappe. Waaaaaah! Ohohoho, gut gefallen. Also, ich bin gespannt. Ob es dir mit meinem... beim Trinkgelings anders wechseln. Beim Trinkgelings anders wechseln. Wir sind in dem, äh... In dem Tempel. Wie wir grad eben schon mal hatten. Aber der Pilz war vorher noch nicht da. Ähm... Ich tue jetzt einfach mal so. Als müsste ich... Hätte ich nicht gewusst... Wow! 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 Was seid ihr? Ihr werft einen Boomerang? Dann kriegt ihr einen Boomerang. Ah, ich will meinen Lenkgelings-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn. Öffnen! Flossen! Flossen! Oh yeah! Flossen! Gibt Flosse! Ähm... Andere Waffe brauche ich dafür. Was ist das? Oh! Wow! Nichts! Oh yeah, episch! Ups, ähm, ja, ich vergesse immer dahin zu klettern. Oh yeah! ITDs! Das war... ...schmier. Oh, du hast dieses wunderbare Werkzeug von Lextrabeco... äh, Lextrabeco? Ich beneide dich! Ich kann mich nicht so gut verwenden! Lelelelelele! What? Alle Achtung! Du erinnerst mich an mich selbst! Äh, ich stehe jetzt hier noch nie umgehalten. Ah ja. Akkura. Okay, meine ich. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Achso, nee, das muss ich doch nicht schneiden. Ich muss nur aus der Bücherei raus und die Orkaina benutzen. Dann weh. Dann wer vor ihr seid yлег. Jetzt geht's機, die öff哥 angena. Ja daaa! Ja, zu diesen Windmal... Ich liebe das. Ja, das mache ich auch gerne mal. Ich habe mal in einem Mausabschnitt den ganzen Boden umgegraben und hätte dann auch in Tausende von Rubinen. Also, es lohnt sich, das zu machen. Aber, ne, jetzt verschwende ich eure Zeit nicht damit. Ich will trotzdem mal schauen, was am Ende ist. Okay. Dann wollte ich mir ja erst mal dieses Herz teilen, wo ich nicht hochfahre. Ich auch nicht hoch. O, 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 O LARP La 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 laaa Smeckt Okay Ich hasse Legs Kleiner Tempel des Tropfens Ähm Rollklapperkälte Dieser Tempel Ist mit Abstand Meiner Meinung nach Der schwerste Weil Erstens Wutschig Zweitens Total Puzzle Aber mal richtig Erinnert mich irgendwie an ASMT Da ist es genauso Eiswels Total Puzzle Mal richtig So ähm Geisterglocke Ja B Al L Al 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 Ich bring dich um Ich töte dich Hey Alter Du fühlst dich stress Das ist ja Tageslicht. Ähm, ja. Und jetzt? Ähm, ja. Ah! So, jetzt kommt nämlich schon das erste Rätsel. Fehler. Das hasse ich an Puzzle-Level-Dingsies. Obwohl, das ist noch relativ leicht. Da habe ich gerade kein bisschen nachgedacht. Runter. Rechts. Schlüssel Nummer 1. Ich mag Puzzle einfach nicht. Die wollten mir einfach kein bisschen gefallen. Geisterkrüge. Lalalalalalalalalalalalalalalala. So, hier haben wir dann, glaube ich, schon ein schweres Rätsel. Warte, das ist schon der große Schlüssel. Das kommt da hin. Der Schlüssel da hin. Das kommt da hin. Da hin. Dahin. 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 Perfekt. Und um das so hinzukriegen, muss ich nur diesen Ball vorterschieben. Dann dahin. Geisterkrüge. Deinemes. Du wirst das noch viel innen. Du kannst da hin. Du kannst hier hin. Du kannst hier nicht mit dir. Du kannst da hin. Du kannst hier hin. Ich bin hier möglich. Ich sehe mit dem Blendenz. Ich würde den Tempel eigentlich schon abschließen. Ich könnte, wenn da nicht das eine wäre, dass ich die Waffe brauche, um den Boss zu besiegen. An den Boss kann ich mich nämlich noch erinnern. Und den mochte ich gar nicht. Ich hasse Octoroks. War aber richtig. Warum? Es kommt kein anderer Weg als das... ...warches Element. Ich hab das Element gefunden, aber es ist leider vom Eis umschluss. Ich würde jetzt nicht irgendwie schmelzen. Und da ist unser Endgegner. Super Octorok. Scheiße. Dinger. Ich hab übrigens keine Fee, also werde ich vielleicht ein paar Probleme haben. Ich geh glaube ich zu... Ja, scheiße, Blöcke. Blöcke, was heißt Blöcke? Ähm. Ich hasse Octoroks. Hüpp, 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 Hüpp. Aua. Was? Achso, ja klar. Lecks. Ähm. Ja, Leute, dann würde ich sagen... Was das... Für... Für... Für heute. Ja, für dieses Mal. Ich werde hier wahrscheinlich sowieso wieder super extrem hochladen und so und solch. Ähm. Mit... Let's Play The Legend of Zelda. Ich kann... Wir sehen uns im nächsten Part. Ihr stirbt? Ja, wir sehen uns zum nächsten Mal und so ein Zeug.. Ich komm grad nicht von dem Spiel los! Irgendwie! Waaaaaaa So, komm ich wieder hoch. Das Spiel hat mich gerade irgendwie gepackt. Der Wegmeister ist auf dem Boden des Grugs verborgen. Auf dem Boden, da muss ich doch untertraufen. Achso. Ich habe ganz vergessen, dass ich auch untertauchen kann. Oh no, es ist ein Stachel, denkt sie. Oh no, es ist ein Stachel. Ähm, ja, warum höre ich nicht einfach auch aufzunehmen? Ich kann mich nicht von dem Spiel trennen. Das ist einfach zu geil. Ich liebe den Teil von Zelda. Die 3D-Teile auf der Wii, die liegen mir nicht ganz so sehr. Ähm, ich kann nicht so ewig Zelda spielen. Außer, da muss ich jetzt weg. Und, ähm, wir sehen uns im nächsten Part von Display. In Show mit durch meinenjektiv dummer zu gehen. Das war's für ein Moment, jehed Radio это Spiel. Ja, das ist da hin.